Hallo und herzlich willkommen bei HotStockFlow, mein Name ist Daniel. Ja, eine Frage, die mich sehr häufig begleitet, auch bei sehr vielen Livestreams, immer vor allem auch von Anlegern, die erst relativ frisch an der Börse sind, aber auch von Eingesessenen ist auf jeden Fall Daniel, wie gehst du um, wenn die Aktienmärkte auf einmal nach unten rauschen oder sogar einzelne Titel von dir sehr stark korrigieren? Darüber möchte ich heute mit euch etwas in diesem Video sprechen, Tipps, Erfahrungen von mir, wie ich persönlich damit umgehe und was man dann daraus für sich persönlich für ein Fazit ziehen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Zurzeit sind wirklich sehr turbulente Zeiten an den Börsen. An dem einen Tag geht es 4% runter, nur damit es am anderen Tag wieder um 5% korrigiert. Da ist es natürlich naheliegend, beziehungsweise da ist es natürlich verständlich, dass viele Leute dann hier dann doch immer wieder mal fragen, hey, wie kann man mit sowas genau umgehen, beziehungsweise was mache ich persönlich, um sich davon eben nicht beeindrucken zu lassen, beziehungsweise keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Das ist ein ganz interessantes Thema, weil ich glaube persönlich zum Beispiel auch, dass man ein gutes Mindset nicht einfach durch ein Buch oder so lernen kann, denn das ist ein Erfahrungswert, den man sich über eine lange Zeit aneignen muss. Das ist eben nicht so, dass ich mir hierzu mal ein, zwei Bücher zum Thema Mindset lesen kann und auf einmal macht mir das alles nichts mehr aus, denn es ist halt doch nochmal was ganz anderes, wenn man es halt immer hört oder gesagt bekommt, hey, da war ein Crash, hier ist mal mein Titel extrem nach unten gerauscht, hier habe ich mal mehrere tausend Euro, zumindest an Buchverlusten in meinem Depot drin und ob es dann aber halt wirklich tatsächlich dann stattfindet. Viele sagen immer, ja, das sitze ich einfach aus oder so, aber die Wahrheit hat uns halt dann gelehrt, beziehungsweise die Realität, dass die wenigsten kleinen Anleger tatsächlich hier damit zurechtkommen. Aber es gibt hier Mittel und Wege, die man machen kann. Ich weiß, viele würden jetzt mit Sicherheit vermuten, dass ich euch jetzt rate zu meditieren oder so, aber ich kann euch versichern, ich selber bin auch niemand, der meditiert oder ähnliches. Es gibt aber einfach ein paar Punkte, die ich mir immer wieder probiere klarzumachen in schwierigen Börsenzeiten. Manchmal kann es ja auch wirklich über ein komplettes Jahr hinweg schlecht laufen, beispielsweise 2018 war hier so ein Beispiel dafür, ein wirklich sehr schwaches Börsenjahr für viele Titel, bei dem ich auch tatsächlich auf Jahressicht hingesehen kein positives Ergebnis hatte. Und da muss man sich dann halt immer wieder Sachen ins Gedächtnis rufen und vor allem diejenigen von euch, die jetzt eben in den letzten ein, zwei Jahren an der Börse waren, wissen ja, was das für spektakuläre Jahre hier waren und was man hier für tolle Renditen einfahren konnte. Es gibt ein paar Sachen, die ich mir immer wieder anschaue beziehungsweise die ich hier dann probiere für mich aufzuarbeiten. Das Erste, warum korrigiert der Markt überhaupt gerade? Warum korrigiert eine einzelne Aktie so stark oder eine Region? Das ist ganz wichtig. Ich finde, wenn man sich ein neues Invest geholt hat und es rauscht gleich mal 15 oder 20 Prozent nach unten, man sollte hier erstmal aufarbeiten beziehungsweise sich im Klaren werden, warum ist es denn jetzt gerade nach unten gegangen? Bei mir war es jetzt zuerst vor wenigen Wochen beziehungsweise Monaten der Fall, als ich Roku gekauft habe bei knapp 350 Euro, nur um dann zuzuschauen, wie sie innerhalb von ein paar Wochen auf 250 Euro nach unten gestürzt ist. Natürlich ist Roku ein absoluter Hotstock-Titel. Genau solche Aktien behandeln wir hier auch auf dem Kanal. Teilweise natürlich noch sehr viel kleinere. Und da ist es natürlich gang und gäbe, dass die auch mal stärker korrigieren. Allerdings hatte diese Korrektur, wie ich dann auch selber festgestellt habe, überhaupt nichts mit dem operativen Geschäft von Roku beziehungsweise der Aktie an sich zu tun. Es war ein sehr schwacher Gesamtmarkt, was Wachstumswerte anging, wie eben Roku, die zwar sehr starkes Umsatzwachstum seit vielen Jahren haben, aber beispielsweise eben auch noch keine Gewinne erwirtschaften. Und es hat auch sehr viele andere Titel beziehungsweise auch Branchen und Regionen dann hier getroffen, allen voran Tech-Unternehmen. Teladoc war ja ebenfalls ein Beispiel, die über 30% korrigiert hatten in einem Quartalszeitraum. Das sind alles so Sachen, das probiere ich mir dann darüber klar zu werden. Habe ich jetzt hier einen Fehler bei der Analyse begangen? Und da hatte ich dann einfach festgestellt, nein, es war nicht so. Der letzte Quartalsbericht, der dann auch in diese schwierige Zeit gefallen ist, war phänomenal wieder Umsatzwachstum, 70% plus. Also es lief alles weiter so, wie ich mir das vorgestellt hatte, wie ich mir das analysiert hatte. Und deswegen habe ich mir hier dann auch wirklich keine nachhaltigen Gedanken darüber gemacht. Ihr wisst, dass ich selten bis nie Nachkäufe mache. Deswegen die erste Frage ist natürlich auch immer, ja warum kaufst du dann nicht nach? Weil ich gehe immer voll in einen Titel rein, weil ich eben der Überzeugung bin, dass ich hier mehr verpassen könnte, wenn ich es nicht gleich mache. Als dann eben mal in so einer Situation, wie es jetzt bei Roku der Fall war, da ist es jetzt eben natürlich im Nachhinein besser gewesen. Hätte ich nicht gleich mit der vollen Position mir hier die Position dann aufgebaut. Aber es gibt zahllose Beispiele in meinem Depot, wo die Aktien von meinem Kaufpunkt an wirklich halt komplett schon nach oben gerannt sind und ich hier dann eben auch sehr viel Rendite hätte liegen lassen. Wenn ich eingestiegen wäre, wäre z.B. nur der Hälfte meiner Position, die ich geplant hatte. Man sollte sich eben immer klar sein, dann auch in diesen schwierigen Marktzeiten, warum habe ich in dieses Unternehmen investiert und hat sich jetzt in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren etwas nachhaltig am Geschäftsmodell verändert. Und wenn die Antwort hier dann ganz klar einfach Nein ist, dann sollte man meines Erachtens nach hier eben sich auch keine großen weiteren Gedanken dann machen. Aber wichtig ist natürlich, dass man es dann wirklich für sich richtig aufarbeitet. Also wirklich, man muss dann auch ehrlich zu sich selber sein und sich Fehler eingestehen. Das muss man natürlich nur bei sich selber machen. Das muss man sich hier nicht vor anderen dann rechtfertigen, sondern man muss dann wirklich ehrlich zu sich selber sein und sagen, hey, habe ich jetzt bei der Analyse einen Fehler gemacht oder nicht? Und wenn dann die Antwort aber natürlich Nein ist, dann sollte man einfach an seinem Invest festhalten und sich einfach auch nochmal so in die Gedanken rufen, warum bin ich rein und auf welche lange Frist setze ich denn bei dieser Aktie? Und wenn ich hier ein langer Buy-and-Hold-Anleger bin, müsst ihr euch immer ins Gedächtnis rufen. Die heutigen Kurse sind halt wirklich nur Momentaufnahmen, egal ob es nach oben schießt oder nach unten geht. Wichtig ist, wie die langfristige Performance dann aussieht. Dann auch einen Tipp, den ich euch hier wirklich geben kann, wenn die Börsen nach unten rauschen, schaut nicht alle fünf Minuten ins Depot. Da gibt es wirklich viele, die dann da mit Fingernägel kauend vorm Rechner oder vor ihrem Handy sitzen und im Minutentakt ihr Depot checken. Ihr macht euch damit nur selber verrückt. Also das ist wirklich ein Tipp, den ich euch ans Herz legen kann, wenn die Märkte mal nach unten rauschen und es eben jetzt nicht damit zusammenhängt, dass das Unternehmen irgendeinen Fehler gemacht hat oder irgendwelche sehr schlechten Nachrichten gekommen sind. Ihr tut euch keinen Gefallen damit. Dann lasst einfach das Handy liegen, beschäftigt euch mit was anderem. Es gibt so viele andere schöne Hobbys nebenher und häufig sieht es am nächsten Tag dann auch schon mal wieder ganz anders aus und etwas rosiger. Und selbst wenn nicht, ihr müsst euch immer ins Gedächtnis rufen, auf welche lange Sicht ihr die Aktien ins Depot geholt habt und es dann eben aktuell nur Momentaufnahmen sind. Und was ich in den letzten Jahren oder in meiner Börsenzeit dann wirklich auch gelernt habe, es tut mit jedem Crash weniger weh, der kommt. Also immer wenn es mal nach unten geht. Beim ersten Mal ist es häufig noch eine große Katastrophe, wenn nochmal das komplette Depot 10, 15 oder 20 Prozent nach unten geht. Beim zweiten Mal ist es immer noch sehr nervenaufreibend und beim dritten Mal ist es halt schon so ein bisschen Alltagssituation dann für einen geworden. Und es wird mit der Zeit auch in der Regel immer besser. Natürlich ist jeder Mensch ein bisschen verschieden. Bei dem einen stellt sich die Denkweise sehr viel schneller ein als bei den anderen. Aber auf lange Sicht hingesehen, wird jeder von uns mehrere Talfahrten mitmachen. Und das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Es wird jedes Mal immer milder für einen. Also dass man dann das wirklich nur noch mit einem Schulterzucken hinnimmt. Weil es kam ja auch schon häufig bei mir im Stream die Frage, wie ich gerade so fröhlich sein kann, obwohl die Märkte um drei, vier oder fünf Prozent nach unten gecrashed sind. Wie gesagt, das sind alles nur tagesaktuelle News, die kommen. Und in der Regel hat es eben keine langfristige Auswirkung. Zumindest, wenn man sich hier eben bewusst ist, was man im Depot hat. Und gerade bei Hotstock-Titeln ist es eben ungemein wichtig, dass man natürlich trotzdem die Marktsituation mit beobachtet. Habe ich bei meinem Invest immer noch dasselbe Invest-Case wie bei meiner Analyse. Das ist eben ganz wichtig, da diese eben besonders schwankungsanfällig sind und häufig eben auch hohe Bewertungen haben bei einem Einstieg. Aber die können natürlich trotzdem noch weiterlaufen. Und darüber muss man sich dann einfach im Klaren sein. Und wenn man diese Sachen einfach beachtet, also nicht regelmäßig ins Depot dann schauen, also ich meine hier wirklich dann täglich mehrfach ins Depot reinschauen, vor allem wenn es eben mal nach unten geht, macht euch darüber klar, was war euer Invest-Case und hat sich hier irgendwas verändert. Und wenn die Antwort Nein ist und ihr bei der Analyse wirklich euch keine Fehler zugestehen müsst, dann ist auch meines Erachtens nach alles weiter in Ordnung. Und bei jeder Marktkorrektur, die kommt, wird es ein bisschen besser und irgendwann mal nehmt ihr es einfach mit einem Schulterzucken hin. Dies sind meine Gedankenspiele zum Thema Mindset an der Börse, vor allem auch in Bezug auf Hot-Stock-Titel. Nun würde mich natürlich aber auch eure Meinung dazu interessieren. Wie geht ihr damit um, wenn eure Aktien, die ihr gekauft habt, um 10, 20 oder sogar 30 Prozent nach unten gehen? Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.